No way, warum würde ich hier andau... äh, was? Wo spawnt der, bitteschön? Wo spawnt der Junge denn, alter? Ihr denkt euch jetzt alle, wie hat der Junge das gemacht? Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Und wir befinden uns im Wohnzimmer, was wir in der letzten Folge geboren haben. Gönnt euch mal das hier. Boom. Es hat so viel Arbeit ist alles zu machen, hat es auf jeden Fall geklappt. Ich zeig's euch jetzt mal, wo der ganze Kabelstone dann ankommt. Wo wir dann produziert haben. Wir bauen ja hier ab. Ne? Es wird immer nachgeschoben. Und es wird alles hier reinkommen, in die Kiste. Alles einsortiert. Schöne rein. Könnt's mal so machen, dass es hier nur Kabelstone ankommt. Und auch nur Kabelstone annimmt. Boom. Oh. Egal. So. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.